Norddeutscher Rundfunk 2021 Wurdest du mich ein Stückchen mitnehmen? Ja, kann ich sein. Ah, Jule. Jan, hi. Wohin fährst du eigentlich? Nach Portugal. Ich versuche meinen Freund. Ah. Nächste Haltestelle. Hallo! Hallo! Guck mal, gleich sind wir in Frankreich. Tschüss, Balgian. Bonjour la France. Ich frage, was uns als Menschheit insgesamt weiterbringt. Konkurrenz oder Kooperation? Konkurrenz. Kooperation? Ich meine, warum hätte ich dich sonst mitgenommen? Was? Monogrammie ist kulturell programmiertes Unglück. Einzelungsstrategie ist Kapitalismus. Dabei entspricht es überhaupt nicht der Natur des Menschen allein zu sein. Null. Der Mensch, der schüttet Stresshormone aus, wenn er alleine ist. Schon nach ein paar Minuten. Was war das? Zärtliche Berührung. Zärtliche Berührung. Kält Stresshormone. Ist das eigentlich bei dir? Hast du eine Freundin? Nee, gerade nicht. Vielleicht willst du nicht, dass dir jemand nahe kommt. Also wirklich nahe kommt. Nee, Julie, jetzt mach mal einen Punkt, ey. Das ist doch vollkönner Blödsinn. Ehrlich gesagt habe ich das auch, glaube ich. Dieses Nähe-Problem. Verliebnis tue ich mich ja nicht hier, sondern hier. Hier. Und hier. Was? 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 Kennst du dieses Gefühl, wenn du bei ihr bist, ist es genau richtig da, wo du gerade bist? Dieses Gefühl, angekommen zu sein. Also daran merke ich immer, wenn ich verliebt bin.